Oh, ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Bah, oh ne Scheiße, so ekelhaft. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie, langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Okay. Ach ja, ich kann ja das auch nochmal. 50, Loge, Heiltempo, Medikits schneller einsetzen. Ganz sicher einmal, ja. Und das mal ja. Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig magst. Das ist Wahnsinn. Die ist cool. Ich mag Ellie. Ich mag Ellie voll. Ohne Mist. Aber. Drück zu Sachen der Tatsache. Sachen der Tatsache. Bin ich behindert? Wir kommen auf den Boden. Auf den Boden der Tatsache. Das ist cool. Okay, das ist cool. Falls ich mal wie die Klicker so 1000 Meter weg sind. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Hast du denn schießen? Ellie, runter. Okay, wo sind die? Ich hab jetzt den Loge-Radius erhöht. Okay, wir müssen jetzt leise nacheinander ausschalten, wäre ich für. Wir sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie eindringen im Begegnis sind. Das ist eine Goldbühne. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Okay. Ähm. Ich riss meine Diepistole aus. Ich bin gar nicht hier. Shit. Okay. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lass uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? WhatsApp. Ja. Ich warte. Okay, hier können wir rüber. Ganz schnell hier lang. Und ganz, ganz. Die machen mir Angst. Boah. Ich hab's geschafft. Sind hier welche? Nein. Die Lücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Mal hier durch. Oh, nee. Da sind hier welche. Ich gucke mal, ob hier was ist. Hier ist nichts. Wie kann ich die da? Scheiße. Ich wollte die eigentlich beide mit einem Schuss. Einer ist da vorne, einer ist da. Und da hinter mir ist Ellie. Okay, und da ist noch einer. Da sind vier. Hi. Du bist tot, Arschloch. Glaub ich nicht dran. Junge. Oh, verdammter Wichser. Was haben wir hier getan? Sind die schon alle weg, oder was? Oder wie? Oder was? Oder wo? Das ist ein cooles Auto. Sind die schon alle weg? Wo sind die denn alle? Hier? Ja. Wow, der Molotow. Na, da ist keiner. Okay. Irgendwo ist einer mit der Schrot. Geht außenrum. Okay. Okay, er geht außenrum. Tot. Ich nehme mir ein Baseball-Bad. Nachladen. So. Ich habe hier noch eine Flasche. Brauche ich nicht. Ziegelstein habe ich noch. Wo sind noch welche? Doch, da. Ich hasse feste Spiele. Komm aus. Ich werde die hier suchen. Jungs, schau mal. Wo ist der drüben, Baum? Wo ist der Schiff? Da war der. Hi, Dude. Oh Mist. Oh Mist. Na. Ich bin da. Ah, schön. Warte, wie viel sind denn hier? Aua So Ich muss ihn mal mitteilen Ganz schnell Jetzt So Baseball Zwei, drei Drei sind da noch Anderer hier irgendwo Hi dude Was solltest du sagen? Ich hab dich nicht ganz verstanden, du bist tot Oh scheiße, John Muss manchmal sein Oh ne So So Hi What the fuck Komm hin Dummer Spaß Käfer Er ist mein klein Er brennt Oben sind noch zwei Hier unten ist glaube ich alles gecleared Aber ich mach mal eben Die Waffe Ich hätte doch noch was Zack Zack Okay, ich werd noch mal was craften Doch nicht Ich hätte hier auch leise vorgehen können Ne So So Scheiße Mit der hat man eindeutig Mehr Schussgenauigkeit Boah Meine Fresse Das war verdammt knapp An den Rand des Universums und zurück Ertragen und überleben Was Wie bitte Savage Starlight Der Comic, den ich gelesen hab Der sagt der Held nach einer großen Schlacht Kämpfen und leben Ja Okay Okay, da ist noch ne Rivers Cafe Café Dann jetzt mal gucken, was die noch gibt Okay Green Tea Roll Sips Scarlet Mexiko Moja Hier gibt's nix mehr Flasche will ich Äh Ja, ne Flasche will ich in die nehmen Nehme ich an Wenn ich nicht vorhanden An den Infizierten Wer nicht vorhanden Okay, da lag was Was zum Hangeln Muss mal gucken, ob das noch Up-to-date ist Passt noch So Ich hab gar keinen Plan, wo ich hin muss Hm 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 Feverdream Okay, muss Muss ich da rein? Muss ich da irgendwo durch? Keine Ahnung Ich hab gar keinen Plan Wo muss ich Da ist der Exit Da geh ich mal raus Oder ich guck noch mal Das da ist Ja Denn Hier war ich gerade Und nimm meinen Ziegelstein wieder mit Weil ich kein Scheiß Flasche will Damit kann ich nicht richtig kämpfen Glaube ich Denke ich mal Okay, hier kann ich wohl wieder raus Nicht Nicht Okay Hier Nicht, okay Ich hab sogar gar keinen Plan, wo ich hin muss Ne Ist richtig geil Ich laufe erst mal eben rum Und suche noch mehr Ziegelstein Okay New release Ich geh mir raus, glaube ich Ich glaube ich muss hier auch nicht so Dringend rein Gar nicht hier nicht runterspringen Kann da Das ist aber ne Scheiß Treppe Bandaz Bandaz Paradise Nee doch nicht Patrol So Nach durch Und Nicht hier lang Ich denke mal da vorne lang, oder? Oder? Ach da ist Ali Ich wollte schon sagen, wer kommt denn da? Ich wollte schon schießen Aua So Ach man, meine Fresse Mein Headset, ey Nein, ich will den nirgendwo hinwerfen Hä? Ich muss zur Brücke Das weiß ich, ja Kann man hier irgendwo machen, wie man Oh Wo man hin muss Wie man da hinkommt Irgendwie Hm Ich hab grad gar keinen Plan Ohne Mist Da vielleicht Das ist der Exit Ja Ich hab' gefunden Leute Ich hab' gefunden Leute Ich hab' ihn gefunden Leute Jetzt freut doch Euer Bruch Illino Alkohol und so Können wir erstmal so ne Bombe bauen So Bombe Braucht nicht ganz kurz zu werden Ich brauche unbedingt wieder Munition Ohne Mist Ich brauche super viel Munition jetzt wieder Nach dem Kampf Oder Krampf Oh Dann kann er mit den Beinen Spielen Es ist doch verrückt Soldaten aufzuhängen Wenn Leute verzweifelt genug sind Sind sie zu fast allem bereit Die Leute Die protestierten Sind das die Die uns attackieren? Ich glaube schon Ich find das sauheftig Das geht eher noch Weil du danach Dreck Denk ich mal Tot bist Aber Über Kopf aufhängen Ist fies Ist echt fies Du schiebst einfach nur Weil da Ich kenn das ja Wenn ihr einen Handstand macht Dann drückt euer Kopf so Die können da einfach nicht weg Und ich kann hier auch nicht weg Doch Ich glaube das ist nicht so angenehm So Kopf über zu hängen Und dann Zu sterben Ich glaube das ist nicht so angenehm Runter 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 Da sind noch mehr Los schnell mit der Planker Okay Hauen wir ab Okay Sie haben uns nicht gesehen Da ist die Brücke Wir sind jetzt näher dran Glaube ich Dann weiter so Na komm Ich glaube das ist Untertitelung des ZDF, 2020